Grüß Eng, ich bin Petra Schmid von Oberland dabei und begrüße euch zum Newsflash. Höchstes Gebäude der Welt erstrahlt in Rot-Weiß-Rot. Das mit 828 Meter höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, erstrahlt den Nationalfeiertag in Rot-Weiß-Rot samt Bundesadler. Wir wünschen Ihnen Frieden und Wachstum, wurde den Österreichern auf dem Twitter-Account des Burj Khalifa gesandt. Dazu wurde auch ein kurzes Video mit der österreichischen Bundeshymne gepostet. Es war nicht das erste Mal, dass der Burj Khalifa in den Farben eines anderen Landes erstrahlte. Diese Ehre wurde unter anderem auch schon Länder wie den USA, der Schweiz und Pakistan zuteil. Die November-Ausgabe von Oberland dabei Ab kommenden Donnerstag findest du die November-Ausgabe in deinem Briefkasten. Entdecke interessante Angebote der heimischen Wirtschaft, alles rund um den besten Freund des Menschen und Wissenswertes zum Thema Schule und Lehre. Sei dabei mit Oberland dabei. Jetzt schon online lesen auf www.oberland-dabei.at Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und verabschieden uns mit dem Wetter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017